Jo, moin Leute, ähm, es ist Freitag, der, und zwar, es ist grad kurz nach 5. Ich hab mir gedacht, ich mach mal kurz ein Newsflash-Video und erzähl euch mal, was es so Neues gibt. Ja, ähm, als erstes steht auf meiner Liste Twitter. Ähm, ich habe mich jetzt auf Twitter angemeldet, heiße da logischerweise Varios Movies. Und, ja, schreib hier auch einiges rein. So, private Sachen, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Was gibt's da sozusagen? Ähm, eigentlich nicht viel. Ähm, ich habe vor, über Twitter jetzt, ähm, viele Informationen, ähm, weiterzugeben, schon bevor ich sie auf YouTube preisgebe. Und vor allen Dingen Fragen zu stellen, ob ihr gewisse Sachen sehen wollt oder nicht. Ähm, deswegen würde ich euch eventuell bitten, wenn ihr Twitter habt oder euch das machen wollt, äh, mir zu folgen. Ähm, und, ähm, ich schreib dann hin und wieder mal rein, ähm, wollt ihr ein Tutorial zu diesem Bild sehen? Dann verlinke ich das Bild damit. Und dann könnt ihr sagen, ja, nein. Wenn ihr sagt, nein, mach ich kein Tutorial dazu. Wenn ihr sagt, ja, mach ich sofort ein Tutorial dazu. Ähm, das geht jetzt an sich so. Jetzt muss ich selbst gucken, ähm, also mir versuchen zu erahnen, ob ihr, ob euch das interessiert oder nicht. Ähm, ja, deswegen einfach, wenn ihr das habt, vielleicht mir einfach folgen. Ist ja kostenlos. Und, ja. Ähm, das war's auch eigentlich zu Twitter. Der nächste Punkt ist, ähm, iPod. Ähm, ich hab ja ein iPod seit neuestem. Das Unboxing dazu wollte ich auch mal hochladen, hab's bis jetzt immer noch nicht geschafft. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch mache. Wahrscheinlich nicht, aber mal sehen. Ähm, und, ja. Da wollte ich fragen, ob euch vielleicht, ähm, so darüber auch ein paar Sachen interessieren. Das heißt, soll ich da jetzt auch, ähm, Informationen und Videos zu machen. Sprich, ähm, App-Reviews und, ähm, alles weitere. Das heißt, ähm, vielleicht hin und wieder auch mal einen Giveaway für iTunes-Karten oder direkt irgendwelche Promocodes. Ähm, ja. Schreibt mir dann auch in den Kommentaren, ob ihr daran Interesse habt oder nicht. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn ja, dann werde ich mich da auch um kümmern. Ähm, ja. Dann hatte ich vor, ein Underwater-Tutorial zu machen. Und das Endprodukt sieht dann ungefähr so aus. Ähm, wir haben hier einen Raum. Wir haben hier Wasser. Hier fällt ein bisschen Licht rein. Und hier schwimmt eine Frau. Ähm, das ist jetzt so eigentlich das nächste Tutorial, was ich vorhatte. Und ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, interessiert euch das, wie man da sowas erstellt? Oder sagt ihr, nö, das ist langweilig oder das Bild sieht scheiße aus. Das will ich gar nicht wissen, wie es funktioniert. Ähm, ja. Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Und, ja. Dann werde ich mal sehen. Ähm, ja. Dann steht hier Kanal. Ähm, ich bin jetzt hier auch auf... Also, mein Kanal hat sich ein bisschen geändert. Ähm, und zwar sieht er jetzt so aus. Das Video steht auf so einem Fernseh-Ständer, sage ich jetzt mal. Und, ja, hier hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe diese hässlichen Pfeile hier an der Seite weggemacht. Und diesen Sandhintergrund. Ich habe jetzt hier so eine, äh, Wand-Textur dahinter gemacht. Habe hier auch, ähm, ein, ähm, ein Aushängeschild gemacht, in dem auch Informationen stehen. Ähm, hier könnt ihr mal drauf gucken, wenn ihr mal kurz Zeit habt. Hier steht zum Beispiel eine, ähm, relativ neue Information, dass ich auf Twitter bin. Ähm, dass ein Infovideo in Bearbeitung ist. Das ist dieses Video, was ich jetzt gerade hier aufnehme. Und der Status des Videos wird hier angezeigt, in den Balken. Also, desto mehr, desto, ähm, eher wird das Video hochgeladen. Also, desto weniger Zeit braucht das noch. Und, ja. Ähm, Abonnenten habe ich jetzt auch 62, nur mal so. Mhm, nein, ich will jetzt nicht angeben. Es ist, ähm, ist auch egal. So viele sind jetzt nun auch wieder nicht. Es gibt viele mehr, die haben viel mehr. Und, ja, aber ich freue mich trotzdem und möchte mich bei allen 62 Abonnenten bedanken. Und, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, ich habe, ähm, was heißt ich habe? Ich bin hier bei, ähm, Steve Entertainment. Also, äh, der Kanal heißt The XX Steve XX. Bin ich hier, ähm, in dieser Abteilung, hier sage ich jetzt mal, hier drinnen. Äh, freue mich da auch sehr drüber. Und, ja, ähm, das ist echt ein cooler, äh, Junge hier, der das hier alles macht. Der macht After Effects und so. Also, er hat wirklich richtig, ähm, gute Sachen drauf. Ich habe von dem auch schon viel gelernt und so. Ähm, ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen und ihn auch vielleicht abonnieren. Also, er ist auch in meiner Box drinnen. Ähm, ja, so. Da ist er. Jo, ähm. Äh, lulululul. Was gibt's noch? So, mal gucken. Ähm, ja, Tutorial Art, genau. Ähm, ich wollte mal fragen, ob euch, ähm, ob es euch vielleicht interessiert, wenn ich längere Tutorials mache. Ja, das heißt, wirkliche Fotomanipulation. So, ähm, das heißt mit Größenverhältnissen, Spielen und so. Dass es wirklich alles, ähm, sehr realistisch aussieht, aber so ungefähr so wie in diesem Unterwasser, ähm, Bild hier. Das sieht ja relativ realistisch aus. Ähm, ist aber natürlich nicht echt, ist ja logisch. Ähm, ob euch sowas interessiert oder ob ihr eher sagt, nee, lasst das mal lieber. Ähm, wir wollen nur kurze Videos sehen über ein paar Wallpapers, die man erstellen kann. So wie dieses hier zum Beispiel. Oder was sonst. Ähm, ja. Schreibt mir das auch einfach in den Kommentaren und, ja, was gibt's noch sonst? Also die Werbebox, da bin ich ja vorhin schon mal drauf eingegangen. Ähm, wer da drin ist, ähm, ja, wenn ihr da eventuell auch rein wollt, was durchaus möglich ist, dann, ähm, schreibt mir einfach eine PN. Und ich werde mir euren Kanal mal angucken und dann entscheiden, ob ihr da reinkommt oder nicht. Ich werde ja jetzt wirklich nicht jeden reinnehmen, weil irgendwann wird die Liste zu lang und das, also ich bin ja jetzt hier kein Werbekanal. Nur, falls ihr vielleicht, ähm, irgendwas Besonderes habt und, so, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es gerade nicht, aber egal. Ähm, ja, wenn ihr euch da rein wollt, dann einfach mal bewerben. Äh, per PN. Ich guck dann mal. Ähm, vielleicht nehme ich ein, zwei Leute, aber vielleicht auch nicht. Ähm, Facebook. Ja, ich wollte mich auf Facebook schon angemeldet haben, hab's aber noch nicht geschafft. Ähm, ja. Da werde ich mich wahrscheinlich demnächst auch noch anmelden. Ähm, wenn, dann steht das hier in meinem Kanal. Auf diesem Brettchen hier. Dann steht hier nicht mehr Twitter, sondern Facebook. Und, ja. Da könnt ihr mich dann auch, äh, verfolgen oder wie man das da nennt. Jo, ähm, ich guck mal kurz, wie lange wir schon reden. Acht Minuten habe ich schon wieder. Oh mein Gott. Ähm, WTF. Nein, Spaß. Ähm, ja. Äh, was gibt sonst noch so zu sagen? Ach ja, ähm, was jetzt hier nicht auf meinem Zettel steht, aber, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, würdet ihr vielleicht ein Intro, beziehungsweise ein Outro an meinen Videos haben wollen? Oder würdet ihr sagen, nee, bloß nicht? Das ist voll nervig und so. Ähm, wenn ihr sagt, ist okay, kannst du gerne machen, dann werde ich mich bemühen, eins zu machen und das auch jedes Mal mit daran zu hängen. Wenn ihr sagt, boah, boah, bloß kein Intro, jeder hat ein Intro. Ähm, das will ich nicht, dass du jetzt auch noch ein Intro hast, würde blöd aussehen und so. Dann, äh, lasse ich das einfach. Ähm, wenn ihr vielleicht sagt, ähm, oder wenn ihr Lust habt, mir ein Intro zu erstellen, ähm, dann schreibt mir das einfach und, ähm, ja, dann, wenn's gut ist, nehm ich's und dann würdet ihr sogar auf meine Werbebox kommen und ich würde euch, wenn ihr einen interessanten Kanal habt, auch zurück abonnieren und so weiter. Ähm, ja, allerdings sollte die, die, also diese, sollten die Intros, ähm, schon einigermaßen professionell aussehen. Also ich, jetzt nicht so kleine Textdinger, sag ich jetzt mal, sondern wenn ihr das macht, wirklich schöne, professionelle Dings, äh, Intros. Ich werde mir auch ein paar Gedanken machen und selber ein paar erstellen. Ähm, ich habe, also wenn, dann werde ich ein paar mehr erstellen, werde dazu dann auch noch ein Video machen und die alle vorstellen und ihr dürft dann entscheiden, welches ihr haben wollt oder ob ihr vielleicht ein anderes von jemand anders haben wollt. Ja, äh, jetzt habe ich auch schon viel gelabert und die Hälfte davon hat kaum jemand verstanden, aber egal. Ähm, ja, eigentlich gibt's sonst so nix mehr zu sagen. Der Kanal, den hab ich gesagt, Twitter hab ich gesagt. Und, ja, wenn's euch eventuell gefallen hat, oder auch nicht, dann bitte kommentieren, bewerten und abonnieren und wenn möglich auch auf Twitter folgen, denn dann würde mir das, ähm, Arbeiten hier wesentlich leichter fallen. Dann könnte ich nämlich gleich fragen und müsste nicht jedes Mal ein Video dazu machen. Ja, ähm, gut. Gut, das war's jetzt auch eigentlich. Ich labere jetzt schon wieder elf Minuten. Bei YouTube kann man jetzt Videos bis zu 15 Minuten hochladen. Das freut mich natürlich. Dennoch, ähm, verabschiede ich mich jetzt hier und, ähm, bin jetzt hier raus. Ciao.